So, das ist jetzt ein Standardzimmer mit Meerblick im Sheraton Suma Bay in Ägypten. Großes Bett, großer Flachbildschirm und hier geht es dann raus auf die Terrasse mit direktem Meerblick. Wichtig hier bei dem Hotel ist, dass ihr wisst, dass hier im Hotel in den Standardzimmern nur Dusche ist und erst ab der Kategorie Sweet ist es dann so, dass eine Badewanne mit schöner ist.